Mein Name ist Piero Calic, bin seit 1999 beim Schenker. Ich habe die Gruppenleitung Abfertigung Leitstand. In erster Linie geht es uns um den Platz, dass wir unsere Kunden bedienen können, dass wir wachsen können einfach. Abgesehen von dem enormen Platz, was wir jetzt haben, haben wir auch ein paar Tools, wie zum Beispiel in jedem Hallenabschnitt ein Tablet. Hier bestellt man seine Brücken, hier meldet man die Brücken ab, wenn irgendwas fertig geladen ist oder vorgeladen oder wie auch immer. Also es läuft alles über das Tablet ab. Die Mitarbeiter sind zufrieden aus vorher. Einfach Dinge, die man vorher so nicht bieten konnten, können wir bieten und sind dadurch ein attraktiver Arbeitgeber geworden. Neue Büros, klimatisierte Büros, Top-Sanitäranlagen für das gewerbliche Personal, für die Fahrer. Wir haben aber auch eine deutlich bessere Produktivität. Das heißt, die Abfahrtszeiten haben wir verbessert und dadurch natürlich unsere Produktivität. Manni, Servus. Servus, Servus. Und? Lauft gut? Passt? Ja. Linzer am Laden. Das ist wie, wenn man ein neues Auto kauft. Es ist alles neu. Man freut sich mehr, sage ich jetzt mal. Man weiß, dass man viel mehr Möglichkeiten hat und man es einfach hat, die Arbeit zu erledigen.